Okay, halb ich schon im Inventar. Ah ja gut, Peppel, ja hau rein. Alter, das war's. Elina, Falki hat mich gerade angerufen, 3 Uhr nachts, ohne Witz. Hey, meine rarer Borken, wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns in einem Lava Skyblock. Das ist aber kein normaler Skyblock, wir haben hier den Mystical. Mystical, Alter, so ein schweres Wort. Luckyblock. Das heißt, da kommen mystische Waffenrüstung, die abnormal OP sein sollen. Ich bin sehr gespannt, ob das so in Ord mit dabei ist. Die allerechte Elinsky. Die allerechte Elinsky. Die allerechte, kein Fake, Leute, ist alles echt. Kein Gucci-Fake, so. Wir haben eine Bonusregel, Elina. Oh, okay. Wer nämlich am Ende der Ausrüstphase am meisten Diamanten hat, der bekommt eine Überraschung. Oh, cool. Das heißt, wichtig ist, dass man Diamanten sammelt. Es sind ja auch verschiedene Kisten noch versteckt, auch mit Luckyblöcken, aber auch mit Diamanten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, ihr lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr Luckyblock sehen möchtet. Ihr wünscht euch das ja immer, haben wir ja immer gemacht hier, ne? Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, ich habe null getestet. Ich weiß nicht, was aus diesen Luckyblöcken rauskommt. Also wir müssen gucken. Wir müssen Luzern, Elina. Boom. Ich habe auf jeden Fall schon mal Holz vor mir. Die Aspitzhacke. Hä? Ach so. Hä? Was denn? Ich habe auch eine Diaspitzhacke bekommen. Wohl? Kriegen wir jetzt alle Drops? Keine Ahnung. Hä? Ich habe ohne. Ich habe auch eine Diaspitzhacke bekommen. What? Du hast doch aus deinem Luckyblock gerade eine Diaspitzhacke gekriegt. Ja, habe ich, habe ich. Hast du auch Eisen? Hast du auch so Eisenausrüstung? Eisen habe ich nicht gekriegt. Ja, wenn ich dir weit voraus bin. Okay, nice. Sattel. Ja, das war es mit deiner Insel dann auch komplett. Das war dieser eine Block. Ja, hab ich gesehen. Wasser. Ah, warte mal. Oh, moin. Hä? Ja, fließ doch. Bist du dumm? Ah, jetzt. Und let's go. Guck mal, ich habe drei Blöcke noch von meiner ganzen Insel, Ben. Ich habe drei Blöcke. Guck mal, Elina. Ich bin richtig klug. Ja. Ich habe mir hier unten eine weitere Insel gebaut. Lucky Block. Pass auf, ich bin wieder da. Lucky Villager. Okay, aber dass ich jetzt die ganze Zeit schwimmen muss, ist ja eigentlich vom Prinzip her schon noch nervig. Wir machen uns jetzt hier mäßig so ein, weiß ich nicht, so ein Kreuz. Villager, geh mal runter, mein Bruder. Du tradest enorm. Holz? Kann es sein, dass die mit Lack 0 richtig kacke sind? Oh, sechs Diamantos habe ich. Oh. Ja? Was? Plus 100 Upgrade? Elina, wollen wir plus 100 Upgrade? Na, plus 100 ist, äh, scheiße. Ja, ja, wir nehmen plus 100. Okay. Halbstunde Inventar. Ah, ja, gut. Jo. Ja, hau rein. Alter, das war's. Elina, Falky hat mich gerade angerufen. Drei Uhr nachts, ohne Witz. Hä? Falky hat mich aber auch angerufen, Alter. Der zwei. Frau Merkel? Ich kriege immer dasselbe raus bei den plus 100 Dingern. Ist das jetzt ein Hydra Head oder was? Ja, genau den. Ich habe nämlich den Hydra Head jetzt bekommen. Ich habe auch den Hydra Head bekommen. Hier gibst du noch den Hydra Head jetzt. Ich habe auch den Hydra Head. Ich habe auch den Hydra Head wieder bekommen. Ja, 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 ja. Mann, jetzt sind die kaputt mit plus 100. Naja, wenigstens haben wir den Hydra Head. Der Hydra Head, der ist aber tatsächlich ziemlich nice, ne? Aber wenn man natürlich immer den Hydra Head bekommt, ist das ziemlich... Dann ist das natürlich sinnlos. Ist das scheiße, Alter. Hydra Head. Diamantblock. Lucky Sheep. Das hat aber gar nichts gebracht. Neun Diamant-Hund. Bogen. Was kann der? Lucky Bogen. Hä? Punch Flame. Oh, das ist einfach nicht schlecht. Eine Ork-Chest-Play. Ach, wer denn, Alter? Als ob du so coole Sachen kriegst, Alter. Ich habe immer nur diesen verdammten Halt. Hallo, ich habe eine Schaufel bekommen und eine Diabos-Platte. Das ist jetzt wirklich eine Jammer. Ach so, das ist eine Diabos-Platte. Wieso heißt die dann aber so heftig? Alter, ein Elfbogen? Kann der irgendwas besonders? Gehen Sie weg. Wie stark ist denn der Elfbogen? Er hat mich noch nicht getroffen. Oh, Elfschwert. Elfschwert habe ich bekommen. Dwarf-Brust-Platte. Nein, es gibt Stärke. Oh, Hydra-Schwert. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wie viel hat deine, Elina? Sei ehrlich. Elf Legons. Deine hat 28. Verdammt, wie kann das sein, dass deine mehr hat? Ist ja lächerlich. Ich habe das. Hä, ich dachte, Hydra ist das krasseste. Aber ist vielleicht gar nicht. No way, Ben. No way. Kette. Okay, benutzt nichts. Lava. Das ist schlecht. Wir platzieren das drauf. Kiste, bisschen essen. Wichtig, wir haben nämlich Hunger. Wir machen weiter, Leute. Nächster Block. Oh. Ah, das ist ein Kopf. Ach, vor mir ist er, er ist Steller. Tschüss. Tut mir leid, Bro. Tut mir leid. So. Bah. Ah, das ist Lava wieder, ne, oder? Ach nee, hat das nicht funktioniert wegen Kiste. Obsidianski. Okay, können wir, weiß nicht, ob wir das brauchen. Müssen wir mal gucken. Weiter. Ne, Dwarf, Axt, Alter. Er sieht voll langsam aus, habe ich. Ah, ich habe Slowness. Und, ah, liegt das an der Waffe? Ah, die Waffe gibt dir Abbaulähmung. Dann schlägst du langsam mal zu. Weiß nicht, ob die dann überhaupt so geil ist. Dann ist die natürlich hier eigentlich vom Prinzip ja nicer. Lina, kommt die Lucky Block Polizei hier gerade bei mir. Ja, ich habe es gewohnt. So. Okay, gut. Dann nehmen wir mal unsere Rode-Wolle für Team Road und schauen. Ah! Komme ich jetzt hier nicht mehr? Danke. Ja, Lina, ich habe neun. Ich habe 15. Hä? Ja, ist so leidisch. Ich habe mich gesammelt. Ja, das wäre ich aus der Mitte, oder so. Nein. Oh, man muss echt hier runter. Okay, jetzt habe ich auch 15. Ich habe so viele Lucky Block. Schwamm. Oh, wartet mal. Oh nein. Biegen. Ich hatte richtig viele Lucky Block und dann habe ich den einen abgebaut. Und dann kam so ein komischer Lucky Block, der einfach alles kaputt gemacht hat. Dann war er weg. So, biegen. Was ist denn das alles für ein Scheiß hier? Mann, die Treppen habe ich da gerade weggeschmissen. Weg damit! So. Wir gehen in die Mitte. Das ist der heftigste Loot. Let's go. Schön mit der Quarz, was wir gerade bekommen haben. Bist du in der Mitte? Nein, bin ich nicht. Gesundheit. Vielen Dank. So. Bam. Bam, 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 bam. Easy. Und jetzt. Nee, wartet. Holz müssen wir noch aufheben. Man weiß nicht, wie was man das... Die Kissen sind ja leer, Alter. Das ist ja die größte Verarsche, die ich jemals gesehen habe. Ach, du warst schon in der Mitte. Ja. Mann, deswegen hast du auch so krassen Loot, Alter. Ja. Mir reicht's jetzt. Attacke. Ey. Noch lewe ich. Noch lewe ich. Ich auch, ich auch. Bumm. Ich hatte noch ein halbes Herz. Scheiße, Alter. Jetzt habe ich erstens voll viele Blöcke verschwenden, um mich da hinzubauen. Und zweitens hat die Lina... Deswegen hast du auch so viele... Aber wir haben trotzdem gleich viele Dias. Ich habe jetzt 27. Höh? Noch einen Drop bekommen. Einen Block, oder was? Ja, da kamen so ganz viele daraus. Scheiße. Okay, wir haben aber hier nochmal Loot. Wie viel hast du? Ich habe 27 Dias. Jetzt habe ich ein paar weniger, weil ich meine ein bisschen aufgewertet habe. Ah ja, meinst du, das war klug? Weiß ich nicht. Droppen die was? Droppen wir es. Nee, das war es schon. Blöcke sind schon weg. Hatte ich nicht mehr? Mann, kann ich mal aufhören zu brennen? Wie lange brennt man denn, Alter? Lama ist ja übelst OP. So, ob ich noch sterbe. Das wäre ja lächerlich. Okay, die... Ah, ich kann jetzt ins Wasser. Easy. Oh, jetzt hört es genau auf. Wie viel hast du? Wie viel Dias? Ja. Ich habe... Scheiße. 22. 27. Hey, holzheftig. Weg mir dir, du dicker Bolle. Danke. Kiste? Oh. Das nehmen wir gern, Alter. Ja, ich habe 27. Gibt auch kein Loot mehr jetzt hier. Hast du alles schon geöffnet? Nee, ich habe noch eine geöffnet. Oh, ich habe eine Zwergenachse. Wir beobachten das genau, ob Elina Diamanten nochmal rausbekommt. Weil wenn nicht, dann hat es auf jeden Fall... Da bekomme ich die... Alter, Gold OP-Äpfel. So, ich habe hier Jump Boost Speed, Resistenz 1 und Eile 2. Eile 2, Resistenz 1 nehmen. Ah, ich habe eh schon Resistenz 3. Dann sollte ich lieber Jump Boost nehmen, oder? Und Speed. Ja, das ist natürlich ein bisschen schneller. Aber wir lassen es erst mal so, okay. Das ist unsere beste Waffe, glaube ich, weil die hat Abbaulähmung. Was ich, ob ich das so geil finde, haben wir den Elfenbogen, natürlich. Und unterm Strich war es dann eigentlich auch schon mit meinem Loot. Scheiße. Holz können wir noch auflösen, genau. Brot können wir uns noch machen. Da lassen wir zumindest hier eine Werkbank-Alibi-mäßig machen. Äh, Brett. Zack. Nice. Du verzauberst? Na ja. Elina hat die Überraschung für mich. Die TNT. Die beste Überraschung, die man haben kann. Pizza. Oh. Beste Pizza. Eine Pizza. Fünf. Ah ja. Das ist die stärkste. 780% Damage Boost. Da sage ich auf jeden Fall nicht hinein durch. Okay, gut. Wir haben beide drei Leben. Okay. Auf die Pätze. Ja, nicht. Los. Wir warten noch. Wir warten noch. Wir können natürlich jetzt auch billig runterschlagen. Da bringt meine Pizza mir gar nichts. Hat die nicht Feuerschutz? Die hat doch Safe-Feuerschutz. Scheiße. Das hat mir wirklich gar nichts gebracht. Oh. Hilfen Sie mir. Warte. Wie denn? Könnt ihr nicht helfen? Damit ist die Pizza weg. Aber ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Oh. Das war nice, oder? Komm mal her. Das soll ich den Reihen vollziehen. Achtung. What? Hä? Ich habe doch nur 26 Damage. Was hast du für eine scheiß Rüstung? Hä? Schlag mich mal. Ich glaube... Oh, weil ich meinen Helm nicht aufhöre. Oh, Elia. 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 Hä? Mehr als nicht einfach. Ja gut, aber ich habe Resistenz 3. Hast du Resistenz? Ja, ich auch. Hä? Ja, okay. Dann weiß ich auch nicht. Ach, ich habe Stärke. Deswegen vielleicht. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Natürlich. Amo. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Euer Benson. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.